Die Pariastange ist das Querstück zwischen Griff und Klinge eines Schwertes oder Messers. Zweck der Pariastange ist der Schutz der eigenen Hand vor der gegnerischen Schwert- oder Messerklinge, welche bei Aufeinandertreffen der Klingen im Kampf absichtlich oder unabsichtlich am Schwert oder Messer herabrutschen und die Hand treffen kann. Die Pariastange verhindert auch, dass die Hände des Schwertträgers bei einem Schlag auf einen Schild gequetscht bzw. nach vorne rutschen und an der Klinge verletzt werden. Die Pariastange stellt die einfachste Form des Handschutzes an einem Schwert dar. Mit der Weiterentwicklung der Schwerter zu leichteren und schnelleren Duellwaffen und der immer leichter werdenden Rüstung nahm der Schutz der Hand einen höheren Stellenwert in der Verteidigung ein. Dazu wurden Stichblätter oder Körbe verwendet. Die gegnerische Waffe kann auch zwischen Klinge und Pariastange eingeklemmt werden. Des Weiteren kann die Pariastange für einen sogenannten Mordschlag benutzt werden. Wobei der Kämpfer sein Schwert mit beiden Händen an der Klinge packt, um dem Gegner die Pariastange auf den Schädel zu schlagen. Vergleichbar einem Axtieb. Hinter dem Mordschlag steckt große Wucht, da der Schwerpunkt eines Schwertes in der Regel nahe am Griff liegt, um damit besser fechten zu können. Formen Aufgebogen oder Aufwärtsgebogen bezeichnet die Biegung einer Pariastange sowie deren Enden oder eine Stichblattes Weg von der Schwertspitze. Diese Pariastangenform diente dazu, die Hand gegen eine abrutschende Klinge zu sichern. Die Bezeichnung bei einer in die Gegenrichtung, also auf die Schwertspitze zu umgebogenen Pariastange ist abgebogen. Die Pariastangen konnten auch mit Löchern für die Finger ausgestattet werden, um einen festeren Griff der Waffe zu ermöglichen. Die Bezeichnung